hallo leute herzlich willkommen auch nur als dann nur gaming und heute spielen wir mal ermöglichen sie weltweit erst mal können wir hier in den einstellungen gucken serien settings blaues licht aktivieren was ist das wort okay 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 wir gehen auf jobs so feuerwehr und rettungsdienst kann ich erst spielen hier braucht man spielt seit eine stunde hierfür spielt zwei schulen gangster 3 ok können wir ja mal in die feuerwehr gehen so außerhalb deiner stadt ist ein großer weitwand ausgebrochen für einsatz los würde ich sagen ich weiß gar nicht mal wo man hier also mit schaffe ich sogar bis dahin noch die bremsen bremsen aber auch richtig schaub oder wo bin ich denn ich weiß ja nicht mal wo ich hier bin weil ich komme mehr das ist ja schon mal gut ich weiß einfach mal hier durch weil ich habe keine ahnung wo ich lang muss es tatsächlich ehrlich gesagt ich glaube ich muss jetzt hier rein 600 meter durch den tunnel ich bin da so aussteigen erst jetzt bin ich umsonst hier jetzt wird mir das ja angezeigt da so ja 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 da ok Junge was machen die denn zu dummen feuerwehrte fahne ne ich bleib jetzt hier stehen meine fresse sehr dumm ins menü wollte ich nicht wenn ich jetzt wieder ankomme ist es wieder zu spät warum gibt dieses auto eigentlich null gas das auto 0 gas naja ich bin ja jetzt kreis da Das war's. Okay. Ich bin eine Sekunde in diesem Auto und direkt in den nächsten Einsatz. Eine Sekunde im Auto und direkt in den nächsten. Ich bin eine Sekunde, die wir machen. Das war's. Ich bin eine Sekunde. Aber dann läuft es doch. Oh. Oeps. Also, das ist nicht meins. Das hier ist meins. Ja, jetzt komme ich wieder zu spät, Arne. Ich bin erst da. Und verkackt dann auch noch. Perfekt, Alter. Perfekt. Also, wirklich. Ich habe schon wieder keinen Bock auf das Scheißspiel. Allein, warum kann man hier durch Laternen fahren und sowas? Ich habe schon wieder zu spät. Ich habe schon wieder einen Ruhiger. Oh. 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 Ja, das muss man hier hinsetzen. Und dann... Nein, ich will das wieder reinpacken. Ah, so geht das. Okay. Ich habe vergessen, was meins ist. Das hier, ne? Na ja. Fahr doch! Okay, aber man hatte schon mehrere Einsätze. Ver... Fickter Scheiß-Krankenwagen, Alter. Warum leckt dieses Spiel so unnormal? Boah. Perfekt, passiert nix. Hat auch jetzt. Ey. Verbinden. Ja. Irgendwas muss man doch damit machen. Ah, hier eh schneiden. Dann. So. Schnitten. Schnitten. Dann muss ich hier aufschneiden. Im Video hört man jetzt bestimmt so ein Sch. Weil mein Bruder nervt. So. Jetzt habe ich die hier rausgekommen. Jetzt müsste irgendjemand die rausholen. Okay, das müsste eigentlich jetzt schon das gewesen sein, gell? So. Jo. Und das müsste es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Sano. Ciao. Ciao.